es wird schon dies gut so ist auch das wichtig und passt die mit siegruppe polizei mittelt und ich finde mich nicht ich weiß nicht so levelaufstieg das heißt das nächste spiel wird wahrscheinlich wieder gut in der seite der technologie und für fünfmalen spiel so oh gott das ist ich mach das ich mach das um wie windows gutes system schlechtes system gutes system schicksal halt in diesem fall gut schlecht gut schlecht so etwa nicht so gut fünf verwertungen er hat mich nicht so viel geld aber ich denke es dürfte einigermaßen reichen um etwas zu forschen die mehrspiele muss zum beispiel und ich habe die entwicklung ein neues thema detektiv gut engine baster noch also damit machen wir jetzt mal weiter ich werde jetzt auch mal auf den einstecken sekunde das kabel vier wochen 42 das ist ein bisschen viel ne ich versuche es mal ich bin jetzt zu dritt oh gott scheiße das schaffe ich nicht gehalten euch bitte so spannend nicht kaffee trinken das gibt's nicht ne das gibt's nicht zwei tage mehr und ich jetzt geschafft na ok dann auftaktarbeit ja ich hab 24 äh sieben wochen Zeit das schaffe ich auf jeden fall obwohl nein das schaffe ich auch nicht ich versuche es so das schaffe ich gut zwar nicht so viel geld aber es hat übrigens einige markt ausgebracht um jetzt zu warten was denn nicht so gut getrennt wird das playsystem wurde angekündigt als die playstation 1 ja das schaffe ich ach warte ich gehe mal in den urlaub so was gibt's denn wir bei den publisher verträgen das war skype ach das gibt's doch nicht nur noch meinen kack so dann werde ich noch kurz was erforschen irgendwie hier noch ein bisschen thema mittelalter thema nee da weiß ich das meine ich das war muss ich mir gucken was der nächste Trend ist muss mir gucken was der nächste Trend ist so muss mir gucken was der nächste Trend ist und sollte ich auch schaffen die muss ich mal trainieren auch noch ein spieletest nicht überlegen nicht überlegen nicht überlegen holen das war knapp so gibt es nichts mehr Jagd habe ich nicht hier irgendein Thema statt als irgendein Strategiespiel für Kinder okay dann muss ich jetzt ein Spiel machen ein mittleres mal wieder ein Wirtschaftsspiel obwohl ich keine Fortsetzung entwickeln okay ja klar wir verschenken das also ich möchte ja nett zu meinen Leuten sein die mich mögen so dann werden wir eine Fortsetzung entwickeln zu was wollte ich jetzt machen wollte ich Wirtschaft machen ja das ist natürlich blöd mal gucken ob ich noch irgend anderes ja kein Problem so ich meine hier vielleicht habe ich auch noch ein anderes Spiel unsere Wertung 4 das hier Build Your City könnte ich machen Bild Your City 2 Build Your City Build Your City komm scheiß Caps äh ne nicht Caps sondern das andere oder ne City 2 gut für alle auf dem PC mal wieder mit der Spielerschnitt 3 das heißt sogar hier im brandneuen schlechten 3D so und dann arbeiten die mal dran so ähm so jetzt will ich Geld verdienen die kleinen so soll ich lieber machen gut ähm so hier die kann nochmal kurz Spielebilder stellen für alles mögliche was wir gerade machen können damit wir ein bisschen mehr ausfinden was gut und was schlecht ist so viele Besucher da vielleicht bekommen wir diesmal noch eine Zahl dazu nein es war noch ein kleiner Stand deswegen vielleicht na 62.000 geht auf jeden Fall klar Hype von 27 das passt gut 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 hier müsste höher sein oder noch zwölf packs ok das vollständig ist gut und grafik scheint nicht wichtig sein in den urlaub